Baumeister Richard Lugner hatte vor seiner Beisetzung am Grinzinger Friedhof noch einen Wunsch an seine Familie, und dieser wurde auch erfüllt. Unter großer öffentlicher Anteilnahme hat sich Österreich am 31. August von seinem wohl berühmtesten Baumeister, Richard Lugner, verabschiedet. Unter dem Geläub der Christopher-Ros-Glocke wurde der Sarg mit dem Verstorbenen in Begleitung seiner Familie um 8 Uhr im Dom aufgebahrt. Tochter Jacqueline Lugner begleitete dabei ihren Vater auf dem letzten Weg und wurde von Ehemann Leo Lugner und ihrer Mutter Christina Mausi Lugner, der Ex-Frau des Unternehmers, unterstützt. Auch seine letzte Ehefrau Simone und seine Söhne Alexander und Andreas Lugner erwiesen dem Baumeister die letzte Ehre. Im Wiener Stephansdom herrschte aber eiserne Stille zwischen Richard Lugners Witwe Simone und dem Rest des Lugner-Clans. Von der Familie ihres verstorbenen Mannes erhielt sie keine Unterstützung. Simone wurde, außer vom Baumeister-Schwiegersohn Leo Lugner, nicht einmal begrüßt und auch Platz war für sie keine in der Reihe. So musste Simone auf der anderen Seite in einer anderen Reihe sitzen, neben ihr Mörtels zweiter Sohn, Andreas. Es herrschte eisige Stimmung. Lugners letzte Reise endete dann im engsten Familien- und Freundeskreis nach der Trauerfeier in der Kirche Karsgraben, wo er in einer Gruft am Grinzinger Friedhof in Wien-Döbling seine letzte Ruhe findet. Von dort habe er seine Villa im Blick, sagte er bereits zu Lebzeiten in einem Interview mit heute über seine Vorstellung seines Abschieds. Doch bevor Mörtel aber am Grinzinger Friedhof beigesetzt wurde, hatte der Baumeister noch einen letzten großen Wunsch an seine Familie. Laut heute Infos sollte sich die ganze Familie noch einmal in Richard Lugners Villa vor der ersten Beisetzung am Friedhof treffen. Das war sein großer Wunsch, den respektieren alle, heißt es gegenüber heute. Und weiter, wir werden ihm dann Seite an Seite am Grinzinger Friedhof die letzte Ehre erweisen. Nach der öffentlichen Trauerfeier im Wiener Stephansdom und der Runde um den Ring wurde Richard Lugner im Kreis seiner Familie beerdigt. Die Familie trauert nun im Stillen gemeinsam. Richard Lugner verstarb am 12. August in seiner Villa in Wien-Döbling im Alter von 91 Jahren. Zuvor hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt und musste sich zuletzt einer schweren Herzoperation unterziehen.